Hallo meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem E.U. und meinem Bruder, der Teufel durch den Wachstuhl. So, hier bin ich endlich. Ich habe mich schon total verirrt. Ich war hier wieder zurück. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin nass geworden und kann mich zu Hause umziehen. Auf jeden Fall, Dominik and the Rock Machines gibt dieses Jahr wieder auf keine Sorgen. Ich habe heute ein paar Fans oder Schulkollegen, Freunde dabei und die zwei spielen auch. Das habe ich gesehen. Wir, Dominik and the Rock Machines, spielen an drei Monaten, also drei Termine kann ich euch schon mal sagen. Am 29. Juni spielen wir Ferdinand Reloaded in Karlsdorf. Wer hat denn? Der Arne. Dann, äh, und noch. Genau, am 12. Juli dort müsst ihr kommen. Es ist nämlich eine extra lange Show, weil 1986 Queen am 12. Juli auch gespielt hat. Dort spielen wir in magischer Varietät. Und ab 31. August spielen wir beim, bei ein tolles Festival. Äh, das ist, äh, in Keindorf, genau. In Keindorf bei Habberg. Äh, wir werden, äh, wir werden dann auch noch dazu schreiben, äh, bei die Kommentare, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es richtig gesagt habe. Wahrscheinlich eh nicht, weil der Dominik merkt sich nicht. Ja, jetzt wollen meine zwei Fans auch noch was sagen. Und zwar, was sollen alle tun? Immer zum Auftritt kommen und nicht vergessen zum Abonnieren. Und natürlich liken. Genau. Dankeschön und Wiedersehen bis zum 29. Juli. Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.